Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft mit mir, dem Buben und meinem Kollegen, dem Herrn Brad. Heute haben wir uns mal entschieden, keinen Antwarn zu spielen, sondern einfach mal wieder Minecraft. Wir spielen auf dem Server Sytoxian, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, tut mir leid. Und wir spielen Bad Wars 8x2 und ja, genau. Und ja, ich wollte mir ja ein Mikrofon holen am Ende des Monats August, wenn wir 10 Abonnenten haben. Und der Monat ist so gut wie rum, wir haben so gut wie 10 Abonnenten, ich habe so gut wie alles wie ein Mikrofon. Genau. Das T-Stativ fehlt nur noch. Äh, ja. Gehört nicht dazu. Nein. Aber ich spreche jetzt auch gerade hier über das Mikrofon. Ja. Ja. Hört man vielleicht auch an der Tonqualität, dass die etwas besser ist wie meine. Gut, ich spreche halt nur über Headset, aber... Nur über Headset? Das sagt mir ja nichts. Ja, ich weiß. Okay, es wäre ein bisschen blöd, wenn man ohne Headset sprechen könnte oder irgendwie ohne irgendeinen Mikrofon. Ja, das... Ja. Oh, eben. Ähm, ich habe eine Idee, wir gehen nicht in die Mitte. Warum? Weil, dann kommen die Gegner und, äh, es können uns ganz leicht, ähm, überwältigen. Ich habe eine Idee, wir gehen zum Nachbarn. Das könnten wir machen, aber wir müssen uns erstmal kurz ein bisschen ausrüsten. Machst du das schonmal? Dich ausrüsten? Ja. Ich brauche den Schwert. Ich baue unser Bett kurz ein bisschen ein. Ja, ich... Du brauchst das zu essen? Echt? Nee, gerade nicht. Gut. Du? Ich hole grad was. Achso. Okay, unser Bett ist gleich... Oh, verdammt. Äh, ich brauche eine... Oha, was geht ab? Ich brauche aber eine Spitzsacke Scheibenkleister. Äh, verdammt. Ich schaue mal, dass die nicht kommen. Ja, mach das. Okay, schnell picke. Ich brauche die nämlich, weil dann... Ich hab nämlich grad gemerkt, dass ich das ein bisschen blöd zugebaut hab. Ja, äh, das rote Team ist raus. Das ist schön. Ja. Ähm... Weil die können auch einfach rüber zum Balkon reinkommen. Ja, das ist... Blöd. Ja, das wäre... Ist jetzt schon. Nein. Dann... Schicke. Okay. Warte. Okay. Okay. Hier ist zu. Dann... Mach ich hier noch zu. Hast du wolle Rüstung? Ich? Nö. Ich hab noch... Oder? Doch, doch. Hab eine. Du? Ich hol grad Rüstung. So. Noch Leiter abbauen. Dann kommt keiner hoch hier so. Ungefähr. Hoffe ich. Hey. Ich seh dich nicht mehr. Jetzt seh ich dich wieder. Ja. Sehr schön. Bisher. Was? Äh... Kommt schon einer zu uns. Guck mal. Warte. Ich schau. Äh... Nein. Kommt niemand. Ich hol mir Fünstiger Schwert kurz. Tu das. Die... Diese Folge hier, wo wir jetzt aufnehmen, wird auch an einem Samstag kommen. Und... Ja. Genau. Das merken wir dann. Ja. Ja. Und was ist bei dir so passiert in letzter Zeit? Ach, bei mir nicht so viel im Gegensatz wie bei dir. Ja. Ich war im Krankenhaus ja toll in den Ferien. Ja. Das ist... Das ist... Ja. Ist natürlich geil, wenn der scheiß Blinddarm in den Ferien entzündet sein muss. Ja. Das ist richtig geil. Hehehe. Oh Gott. Ich kotze gleich. Aber bitte nicht aufs Mikro, sonst höre ich dich nicht mehr. Hehehe. 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 Oh Gottchen. Ja. Oh Gott. Ha. Ha. Schon besser. Hehehe. Ne, nicht wirklich. Okay. Ich spare mal auf einen Bogen, gell? Ha, tu das. Hehehe. Hast du eigentlich schon mal Bad Wars gespielt? Ja, natürlich, oder? Äh, ich habe Minecraft jetzt seit... 8 Monaten. Und in der Zwischenzeit habe ich auch mal Bad Wars gespielt. Echt? Ja, irgendwann schon. Ich bin hinter dir. Jetzt nicht mehr. Hm? Okay. Äh, es kann aber auch sein, dass die sich einfach mit... Hm. dass sie sich einfach mit der Enderperle hierüber werfen und... äh, ne? Du weißt ja. Ja. Genau. Äh... Machen wir ein oder zwei Runden. Kommt drauf an, wie lang die Runde jetzt hier ist, oder? Ja, wie lang wir es überstehen. Ja. Oh, wir sind unter den Top 4. Top 4. Teams. Ja. Ja. Was war das? Äh, haha. Äh, mein Schrank. Was macht der für Geräusche? Ich weiß auch nicht. Ich hab mir jetzt mal kurz den ersten Bogen gegönnt, weil, äh, der zweite hätte 250 gekostet und, ähm... Ich weiß nicht, ob das so schlau gewesen wäre, wenn ich auf den zweiten gespart hätte, weil die Gegner können ja auch trotzdem kommen, ohne dass ich einen Bogen hab. Äh, ja. Triffst du eigentlich mit dem Bogen? Hm, pfff, ab und zu ja, ne? Also, ganz unterschiedlich. Äh, bloß der Rote, der trifft, der trifft. Verdammt. Du triffst nicht, aber die treffen. Ja, komm, ich bin halt auch nicht so auf, äh, okay. Eigentlich bin ich auch ein bisschen PvP ausgelegt. Also, ich bin eher so Survival. Kreativ finde ich zwar auch ganz okay, aber ich bin eher... Mir macht Survival, sag ich mal, mehr Spaß. Du spielst zwar Survival, überlebst es aber nicht. Haha. Haha. Witzig. Äh, sollen wir uns mal hier rüber bauen? Worüber? Zum Gegnerischen Team. Äh, das ist... Welches ist das? Komm mal grad kurz raus, dann siehst du's. Ja, ich, ich schaue schon. Nein, ich brauche noch ein paar Steine. Äh, ja, dann... Dann warte ich noch mal kurz auf dich, weil ich... Wenn ich da alleine rüber schlawenzel, dann kann's gut sein, dass ich... Oh, Mann. Bist du runter? Ich bin runter... runter... ...gelaufen. Alter, nee, oder? Aber das ist... Ich sag doch so, ja, ich muss aufpassen. Oh, runtergefallen. Haha. Ja, brauch du dich schon mal rüber, ich komm dann auch demnächst. Ich habe aber 222, äh, äh, Levelpunkte. Ja, dann gib mir mal grad ein paar ab. Ja, wie denn? Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Kannst du mir grad ein paar Gutscheine machen, dann kann ich mir ein bisschen was an Equipment drüber holen. Geh mal zum, äh, Villager und da gibt's Gutscheine kannst du einlösen. Also, machen. Und mir dann hinschmeißen, wenn du willst. Das wäre sehr nett. Ja. Vielen Dank. Oh, ja, jetzt habe ich Kohle. Hihi, zum Ausgeben. Jetzt geh ich shoppen. Äh, ja, tu das. Ja. Das tue ich auch. Äh... Ich wäre gleich runtergeschossen. Das ist gut möglich, du. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Oh, war das laut. Äh... Ja, also, ich geh mal schnell ne andere Basis zerstören, wenn die nicht schon zerstört ist. Das ist sehr schön. Äh, es ist ja toll. Und dieses Mal vergesse ich nicht, wie der eine Spitzsacke mitzunehmen. Ich habe nämlich gerade eben vorher ne Runde gespielt. Acht mal zwei. Äh, da baut gerade uns der Badge jemand ab. Ja. Weil weißt du das? Weil ich gerade rüberschau zu uns. Das ist offenbar. Oh. Hey, da ist unser Bett weg. Mensch, Herr. Oh, bist du witzig. Da ist einer, da ist einer. Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Oh. Scheibengleis. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Oh. Oh, Gott, war das knapp. Zweieinhalb Herzen. Oh Gott. Kommt hier rüber, komm hier rüber. Bei welchem Team bist du denn? Da bei dem, wo ich abbauen wollte. Hier drüben, ich höre auf ein Dach rum. Ah, ja, okay, komm. Da schieß einer Vorsicht. Naja, ich bin wieder im Haus. Keine Lust. Äh. So. Ähm. Kommst du wieder rüber oder bleibst du da drüben? Oh, ich habe jetzt keine Lust drüber zu laufen und du runter zu stolpern. Stolpern? Ist klar. Naja, laufen. Ja. Ah stimmt, du bist ja runtergelaufen. Haha. Ha. Ich finde es nicht so witzig. Ja, ich doch schon. Du bist ein Arsch. Ja doch. Ja. Oh, das ist, was ist das? Timo. Schießen die noch? Nee, weil Timo Roche kommt zu mir. Nee doch nicht. Zu Roche. Ich komme mal rüber zu dir, gell, und guck, dass ich nicht runterlaufe. Ich habe es geschafft, nicht runterzulaufen. Gut, dann bau nur hier zu. Kuckuck. Bloß hier spawnt nichts mehr. Das ist ja super. Bei uns würde noch was spawnen, du Eule Verstarr. Egal. Ja, dann kriegen wir keine Ressourcen. Das ist nicht gut. Ja, ich baue hier lieber Marshall zu. Ich gehe wieder rüber. Ich baue doch hier zu, geh doch woanders drum. Ja, okay. Tschüss. Gehst du nicht mit? Doch, ich gehe mit, dass du ruhig bist. Ja, okay, cool. Danke. Tschüss. Komm mit. Juhu. Juhu. Rett Block. Rett Block. Rett Block. So, ich bin drin. Oh, Kohle. Ey, jetzt gib mir mal was ab. Ich hole mir kurz einen Bogen, dann kann ich dir Gutscheine oder sowas geben, okay? Ja, das fände ich toll. Ich brauche nur noch 50. Also jetzt habe ich 27, jetzt 30. Bis ich 50 habe, dann kann ich mir noch einen Pfeil leisten und dann kann ich die restliche Kohle überlassen. Oh, das finde ich toll. Ja. Ja. Es sind nur noch drei Teams, die raus müssen. Okay. Ah, ist ja nichts. Das schaffen wir. Ja, das überleben wir. Gut, dann darfst du dir jetzt den Rest nehmen, genau. Aha. Ah, okay. Wir sollten mal den Weg zum anderen Team drüben abbauen, weil sonst können die auch ganz leicht drüber schlawenzeln wieder. Da ist doch keiner mehr. Ja, aber die können trotzdem andere Teams. Ja, vielleicht sollten wir noch den Weg da oben mal weg machen. Ja, ne, den kriegen wir nicht weg. Entschuldigung. Also, du willst es machen. Da ist oben einer bei uns. Echt? Ja. Boah, er weiß. Ja, weil ich ihn sehe. Oh Gott, er schießt, er schießt. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, nein, wirklich. Was meinst du, warum ich es mal noch sag? Okay, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Achtung. Ich mach' hier zu, der soll runterkommen. Hast du einen goldenen Apfel? Äh, nein, ich hab' ein Schwert. Ich geb' den goldenen Apfel im Moment. Hier, bitte. Machst du ihn? Also, na, danke. Ich baue mir hier ein bisschen den Eingang zu, dann kommt, kommt auch nicht hier rein so schnell. Äh, bewachst du dann da oben, dann bewache ich hier außen, also den Eingang. Da ist, der ist da, der ist da, der ist da. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich hab' gehört, der ist irgendwo runtergesprungen. Ja. Hast du's auch gehört? Ja. Okay, warte mal. Der baut ab. Ne, das war ich. Ach, komm. Der hat sich hier anscheinend reingebaut, oder so. Der ist da, der, am Eingang, 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 Eingang. Oh Gott. Ja, ich dreh noch was ein. Ich bin tot. Ich, äh, er ist tot. Du, ja okay, gut, du lebst noch, das ist sehr schön. Dann geh' ich mal zu dir, okay. Du baust den Eingang zu, okay. Mhm. Okay. Okay, ich bin jetzt bei dir. Ähm, bloß das Problem ist, mach' nur kurz den Eingang auf, bitte. Dann kann ich kurz rausfliegen. Aha. Danke. Sehr nett. Mach' ich geiß' dann doch schon die Tür auf. Ja. Ich schau' mal. Momentan sehe ich niemanden mehr. Ah, gut. Also blau ist noch einer übrig, also du. Äh, schwarz hat noch sein Bett und ist noch einer übrig. Und magenta und orange haben jeweils noch Bett und, äh, beide haben noch zwei Mitspieler. Okay. Weiß ich hab' nicht so. Das ist gut, das ist sehr gut. Du solltest jetzt aber richtig aufpassen, ne? Ach, nee, wirklich. Doch, ist wirklich so, glaub' mir. Mhm. Also bei Rot gibt's nix mehr zu holen, von Ressourcen her. Die sind auch alle weg. Ich hab's Gefühl, bei den Teams, wo keiner mehr lebt, kommen auch keine Ressourcen mehr. Ja, das ist das Gefühl, glaub' ich auch. Okay, also bei Magenta sehe ich gerade welche. Die bettelt sich mit orange. Alles klar. Mhm. 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 Du könntest theoretisch dich versuchen, was machst du da? Das Dach geht. Red? Warum? Boom. Warum nicht? Naja. Ich geh mal weg. Ja, den hab' ich ein bisschen abgebaut, du Eule-Ferste. Weil da jetzt einer... Nein doch nicht. Ich hab' gedacht, der schießt auf dich. Ja, und wie du den abgebaut hast, ist er noch wohl da? Ja. Dass man halt nicht einfach so rüberspringen kann. Erste Team Rot. Auf dem Dach. Ach, den meinst du, den hab' ich nicht abgebaut. Hab' ich ja gesagt. Teeh. Ich kom' nicht. Bloß lohnt sich das nicht zu Team Rot drüber zu gehen, weil es da eh, wie Gesagt eh nichts gibt. Eh, bloßes Team Schwaar... Hä, lol. Team Schwarz wird gar nicht angegriffen. Hä? Wieso wird denn nicht angegriffen oder orange? Hä? Machen in die T cuestión. bist du noch bei uns in der base so bist du ich bin bei rutsch und er jetzt weiter keine ahnung du könntest schwarz auslöschen hast du noch hast du noch den goldenen apfel welches wert hast du erstes schwert oder bestes ich habe das zweite ok jetzt musst du aufpassen weil das hier ist jetzt team lass mich raten geld genau und um den weg hier könntest du gehen oder hier ist dann in der nähe schwarz direkt bloß wo ist der von dem schwarz ist egal hauptsache ich mache das bett kaputt ach ja glaube ich bei team orange ja dort bei team orange es macht team nee die verkloppen sich gegenseitig und ist nicht toll ja ich auch okay du bist jetzt bei team moment lass mich gucken okay jetzt kannst du den weg gehen jetzt kannst du dich wenn du dich jetzt bei als dann schaffst du es dann kannst du das team bett abbauen aber das problem ist okay du musst dich behalten muss ich weil weil okay okay du brauchst es nicht machen lass das einfach oder du schießt einfach den orangen hier runter dann kriegst du punkte aber passt richtig auf jetzt weil ich sehe irgendeine ok du kannst du kannst jetzt du kannst jetzt erst schnell rüber zu schwarz gehen ist team er das bett abbauen wenn du dich bei ist ja genau diese insel hier gerade neben dir genau die wo das entlang läuft muss jetzt bloß gucken dass der ok der schwarze ist auf dem dach von orange obergezogen punkte ok pass auf die schießen auf dich ne da alles zugemacht ist egal die kümmern team magenta kümmert sich jetzt um schwarz verdammt du musst dich beeilen bist du schon oben baut hat er wieder zu am besten geh über den balkon gute idee gute idee muss aufpassen weil ok gut das ist jetzt keine gefahr mehr für dich weil schwarz wird jetzt auch gleich getötet gut ich mein es könnte jetzt für dich recht schwer sein ja auch mein bett ab ganz normal ich brauche es ach jetzt endlich ok gut jetzt musst du aufpassen jetzt Prozent die schießen die hat sich jetzt auf dich abgesehen weil du kein Bett mehr hast zu sein schieß ich mal zurück Konto Konto nein kommt auch nicht da Prozent nachher wo es wirklich im Abgrund stehen was hat der Film nahmen das will jetzt wissen schief Held 200 1 also Käsekopf 201 interessanter Name du das ist es Kreativ als und der andere heißt Lars was Lars Kram wo ist die andere der seine Mitte und du hast noch auf dem Dach ja ich spielten der Kaminfeger er hat auch geschieht auf dich pass auf was soll er noch durch oh er hat getroffen schießt sie um die Ecke nein da der der hat den Winkel noch da kann man noch durch treffen oh toll du könntest jetzt zu denen gehen naja gut wobei es war kein oder ist eine gute Idee theoretisch doch könntest du schaffen ja mit welchem Weg ich glaube ich glaube der schießt gleich auf dich ja der schießt pass auf pass auf pass auf ok wo ist der andere das ist das das kann bisschen komisch ich glaube ich glaubt ne ob der bei uns jetzt oder was komm schon jetzt schaffe ich auch da m Karpon kommt in der Pischof du musst auf ok jetzt jetzt kannst du es schaffen hast du ein Spitzhackejager es kennt wird nein nee beim du musst noch noch eins weiter noch eins noch einer weiter nach einer Insel tolles bin ich mache ich so einen Stress um auf die Insel zu kommen da ist kein Bett ja bei der pass mal auf hier ist schon ein Weg der ist sogar gut gesichert mit Bogen bist du jetzt eigentlich relativ gut bedient ja der zieht mit drei Herzen seinen Bogen wo bist du auf dem Dach schon wieder oh der andere ist auch auf dem Dach pass auf oh Gott wie viele Herzen hast du noch Red vier oh ich hab so Glück noch den goldenen Apfel ja den kannst du kurz essen der kommt jetzt hoch der kommt jetzt hoch pass auf pass auf pass auf der kommt hoch zumindest baut jetzt an seinem Weg weiter pass auf der schießt oh ich hab ihn nicht weit geschossen sehr schlau oh oh getroffen warte mal okay die haben es hier zugebaut Moment ich muss mal schnell was schauen haben sie den Weg da hoch zugebaut zugebaut okay das Bett ist eigentlich bisher so wie ich sehe nicht gut gesichert wie die ähm die haben nur äh ganz normal Sandstein hingebaut das heißt das heißt du könntest der geht auf der geht zu seinem Bett hoch da Achtung pass auf der ist da der ist da der ist da der kommt jetzt glaube ich okay der wartet der wartet auf dich der wartet nur auf dich okay der baut sich jetzt zu dir raus der wartet sich zu dir raus pass auf pass auf pass auf pass auf der baut sich raus ich sehe den anderen okay der andere ist bei einem anderen Team hoch 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 der kommt zu dir runter der kommt zu dir und er sagt durch Schengen spinnen Schwert abbauen Schwert abbauen Schwert genau sehr schön wo ist das gerade aufregend alter äh ich hab keine Blöcke mehr das ist blöd ich geh nochmal zu dem Bett hoch mh keine gute Idee der Typ steht da ja ich wollte gerade sagen der steht ja noch okay jetzt kommt auch runter jetzt kommt auch runter jetzt hinter dir hinter dir aah pass auf nicht die Leiter hoch nicht die Leiter hoch Todesfalle ja danke ja okay gut ich gehe dir leiter hoch nicht die Leiter hoch nicht die Leiter hoch ja gut machen wir noch eine Runde oder? ne wir sind schon soweit ja meinst du? ja okay gut dann äh vielen Dank fürs zuschauen wenn ihr das Video guckt ähm like den kanal like den kanal genau like den kanal oh Gott ich komm willst du das vielleicht lieber machen? ja äh ja schreibt doch vielleicht in die Kommentare vielleicht wart ihr ja schon beim Krankenhaus oder habt solche Erlebnisse könnt ihr mit uns teilen oder mit anderen genau liked das Video abonniert uns und bis zum nächsten Mal tschüss tschau tschüss tschüss tschüss